Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Bei mir ist heute Uli Hanel und ich sag jetzt erstmal, schön, dass du mit deinen Ukulelen hier bei mir im Studio bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier eingeladen worden bin und hier ein bisschen was präsentieren kann von meinen Künsten. Woher kommen denn eigentlich deine Künste? Wann fing das denn an, dass die Ukulele in dein Leben gekommen ist? Ja, die Ukulele relativ spät, aber ich habe schon mit vier Jahren den heißen Wunsch gehabt, Geige zu lernen. Ich durfte dann aber erst mit zehn Geige lernen und dann war das ein langer Weg über Geigenunterricht, über Schulorchester, über Orchester, im Orchester mitspielen, bis hin, dass ich dann im Endeffekt dann doch wuschiger geworden bin und dann bin ich so 2007 rum auf die Ukulele gestoßen, also schon fast 20 Jahre und die hat mich dann in den Bann gezogen und nicht mehr losgelassen, weil sie sehr leicht zu lernen ist und da ist es ja weltweit ein Hype. Hat dich dieser Hype also miterfasst oder wie? Sozusagen, ja. Also das Tolle ist, weil ich seit über 40 Jahren Instrumentalunterricht gebe. Bei der Ukulele ist es einfach toll, dass es leicht zu erlernen ist. Man kann also in wenigen Wochen schon ein paar Akkorde lernen und es ist nicht so schwer wie Gitarre, weil sie nur vier Seiten hat. Dann ist sie noch klein, dann ist sie noch günstig in der Anschaffung und macht einen Heidenspaß und man kann sie überall mitnehmen und eigentlich überall spielen und auch alle Stilrichtungen kann man auch spielen, von Death Metal bis Renaissance Musik. Also Death Metal hätte ich dann doch gerne Hörprobe dazu gehabt mit Ukulele. Uli, du bist in der Region bekannt für die Musik tatsächlich. Also man kennt deinen Namen, verbindet den sofort mit Musik. Jetzt hast du das mit der Geige erzählt. Du hast zwei Ukulelen gleich mitgebracht, darüber sprechen wir auch gleich, aber erstmal nochmal ein kleiner Schwenk zurück in deine Kindheit, lieber Uli, denn du hast vorhin gesagt, mit vier Jahren hattest du schon den Wunsch, Geige spielen zu können. Woher kommt denn das bitte? Also mein Kleiner wird jetzt drei, könnte jetzt nicht behaupten, dass der schon so einen intrinsischen Wunsch hat, ein Instrument zu können. Ja, das hat den Hintergrund, das war in den 60er Jahren, 1963, also im Baujahr, 59, dass es ja eigentlich nur Radio gab und einen guten alten Plattenspieler. Und es gab ja noch nicht die ganzen Medien und die ganze Ablenkung mit Handy und Tablet und solchen Dingen. Und mein Vater hatte Schallplatten gesammelt. Es gab damals in der Frauenstraße den Bücherclub. Und da kam jeden Monat eine Schallplatte raus, vor allen Dingen mit romantischer oder klassischer Musik. Und da hatte ich dann eines Tages hat er von Max Bruch das Geigenkonzert, das kennen jetzt wahrscheinlich eher die wenigsten, aufgelegt. Und dann war ich wie geflasht von dieser Geige, von diesen Solisten. Und das ging mir dann nicht mal aus dem Kopf. Also das war so ein Schlüsselerlebnis. Dann wollte ich unbedingt Geige lernen und meine Eltern hatten keine Geige. Das war auch teuer. Da gab es auch kein Leasing oder Mietkauf oder so. Und dann brachte mir mein Onkel aus Mexiko, also das ist wirklich romanreif die Geschichte, brachte mir aus Mexiko die Geige von meinem Ur-Urgroßvater mit. Also es gab tatsächlich eine Geige in der Familie und mein Onkel hatte damals davon erfahren. Dann hatte ich endlich die Geige und dachte dann mit sieben, jetzt geht's los. Aber ich brauchte ja noch einen Lehrer und dann ist mein Vater mit mir zu einer sehr guten Geigenlehrerin. Da musste ich dann sogar einen Aufnahmetest machen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie heute. Ich musste klatschen, Rhythmusgefühl habe, ich musste vorsingen. Dann sagt die Geigenlehrerin, ja, also das Kind ist begabt, aber mit sieben ist er noch zu klein. Meine Eltern sollen dann auch mal so in zwei, drei Jahren auch mal vorbeikommen. Und dann könnte ich dann mit Geige beginnen. Und ich habe dann erst mit zehn dann praktisch mit Geige begonnen. Musstest du wirklich so lange warten? Ja, ja, was sollte ich machen? Aber anscheinend hat es dich ja auch nicht losgelassen, weil du ja dann wirklich drei Jahre später dran warst. Ich habe immer wieder Platten besorgt und immer wieder, also bei mir war das modernste, was ich gehört habe, Johannes Brahms, da ist glaube ich 1870 gestorben. Das war das modernste. Und das später in der Pubertät kamen dann so Sachen dazu wie Beatles oder Rockmusik und solche Sachen. Gibt es die Platten noch von damals? Die Platten gibt es noch, aber kein Plattenspieler mehr. Was? Das musst du sofort korrigieren. Es ist ganz wichtig, finde ich, ich liebe Plattensound. Finde ich ganz besonders. Guck mal, hier bei mir nebendran im Studio hier steht ein Plattenspieler. Den geben wir auch gar nicht her, weil das einfach, finde ich, etwas ist mit so viel Seele. Also diese Plattenmusik, muss ich dir nicht sagen. Oder kriegt man Gänsehaut, wenn diese Nadel auf die Platte geht, das Knistern kommt und dann beginnt es. Ach, großartig. Wir reden über Musik heute. Was passierte dann eigentlich beruflich? Also was waren so deine ersten Fußstapfen in der beruflichen Welt? Also es war schon eine Achterbahn, weil, also wie ich dann ins Geige angefangen habe zu lernen, war ich dann nach, glaube ich, nach einem Jahr oder eineinhalb Jahren war ich dann schon im Schulorchester mit Orchesterfreizeiten und so weiter. Und mich hat das alles sehr in den Bann gezogen. Und die Idee war eigentlich auch Musik zu studieren. Und da hatte meine Mutter leider nicht locker gelassen und hatte gemeint, also Musik ist brotlos und da verdient man da nicht wirklich gut und so. Und dann bin ich, da habe ich noch einen Ausflug gemacht in die Naturwissenschaften. Ich habe nämlich Biologie studiert und bin dann in der Biologie, im Hauptstudium in der Anthropologie gelandet. Die Anthropologie ist die Menschenkunde übersetzt. Und in der Anthropologie gibt es noch einen Teilbereich Musikanthropologie, die sich mit dem musizierenden Menschen beschäftigt. Und mein Professor hatte mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, in einem Musiktherapieprojekt mitzumachen. Und dann wurden meine Ohren dann ziemlich groß. Und dann bin ich am Kuhberg dann gelandet, in der Anthropologie. Und dort wurde dann ein musisches Zentrum gegründet mit einem Musiktherapiebereich, wo wir dann sogar Instrumente gebaut haben. Also im Biologiestudium habe ich dann praktisch im Hauptstudium, dann bin ich doch wieder nur der Musik gewidmet. Aber wie schön ist das denn, oder? Wenn so eine Liebe und Leidenschaft im Leben wiederkommen darf und bleibt. Die ist durchgebrochen, die Leidenschaft. Manchmal ist das so. Hat die Seele sich den Weg gesucht oder die Musik, die Seele? Ja, ich glaube ja, dass jeder Mensch so eine Art roten Faden hat im Leben. So eine Passion, die er natürlich erst mal finden muss. Viele Kinder und Jugendliche sind da erst mal nicht wirklich sicher. Also ich weiß es von Schulabgängern jetzt, ob man jetzt mittlere Reife gemacht hat oder Abitur hat, dass man irgendwo noch gar keine wirkliche Orientierung hat. eben dann vielleicht auch am besten viel ausprobiert. Absolut. Ja. Zack, und dann hast du Instrumente gebaut, dich mit Musiktherapie auch befasst. Was macht denn Musik therapeutisch mit den Menschen? Also Therapie heißt ja begleiten. Also Menschen mit seelischen Problemen begleiten und helfen, dass sie aus ihrem seelischen Loch rauskommen. So könnte man das jetzt so pauschal mal erklären. Und es gibt aktive und passive Musiktherapie. Also bei der passiven Musiktherapie werde ich bespielt, im Klang liegen. Also ich habe ja ein kleines Studio in der Weststadt, da biete ich auch Klangmassagen an. Also da liegt man praktisch auf der Liege und wird mit schönen Klängen bespielt und kann man sich da in wenigen Minuten Tiefen entspannen. Und also Heilung, Musiktherapie heilt die Menschen. Seelische Heilung könnte man sagen, mit unterschiedlichsten Mitteln. Ob man das jetzt in Gruppentherapien macht, ob man in Gruppen Leute, die auch keine Instrumente spielen, dann improvisieren, auch ohne Noten zu können. Aber woher kommt das? Ist das eine Frequenz, die dann irgendetwas bewirkt im Körper? Über die Schwingung. So wie ich einen Lieblingstitel habe bei Radio Donau 3 FM. Ich kenne jemanden, der war jetzt beim Adele-Konzert. Das muss also wirklich phänomenal gewesen sein. Also die Frau muss wirklich trotz Erfolg sehr bescheiden sein und wirklich einfach eine ganz tolle Sängerin sein, die sich dann mit dem Publikum auch wirklich verbunden hat. Also mit dem Publikum zusammen die Konzerte gefeiert hat und das ist einfach heilend. Und die Schwingung, also es können normale Pop-Songs sein oder es können La Mer von Debussy, das war ein romantischer Komponist im 19. Jahrhundert. Also unterschiedlich. Oder die Stimme. Die Stimme hat auch eine Frequenz. Die Stimme wirkt sehr stark. Die Geige ist fast wie die Stimme. Ist das so? Ich denke, dass die Idee war, die Geige zu entwickeln, dass man die menschliche Stimme imitieren wollte. Also ich kann sehr gut modulieren, dadurch, dass ich ja mit dem Bogen, mit den Pferdehahnen da über die Seiten streiche. Also ich kann sehr dynamisch, sehr laut, sehr leise spielen, sehr elegisch, sehr traurig, sehr fröhlich spielen. Schön, ja. Bei Gitarre ist das schwieriger, weil ich ja nur die Seiten anzupfe oder anschlag. Und jetzt hast du hier zwei Ukulelen mitgebracht. Was ist denn so besonders an den beiden? Oder ist das jetzt einfach, ich kann mir nicht vorstellen, wahllos ausgesucht? Nee. Also die eine, die hellere, die andere ist ja sehr dunkel, die hellere, das ist eine Ukulele aus Hawaii. Es gibt vier sehr bekannte Ukulelen-Bauer. Da sagt man immer unter den Kennern die 4K. Das ist Kamaka, Candilea, Koaloa und Kooloa. Und also vier Hersteller und das sind auch die ältesten Hersteller und die bauen Ukulelen aus Koaholz. Also Koaholz ist ein spezielles Akazienholz, was sehr weich und sehr warm klingt. Und das ist dann schon mehr so Premium-Klasse. Das sind Ukulelen, die dann schon viele hundert Euro bis tausende von Euro kosten. Wobei das jetzt mit Geigen eigentlich ist noch fast günstig, weil gute Geigen fangen dann so bei 8.000 bis 10.000 Euro an. Und dann kommen die Stradivaris, die kommen ja auch noch dazu. Genau. Und die dunkle Ukulele? Das ist was ganz Besonderes. Es gibt einen deutschen Ukulelenbauer in der Nähe von Würzburg. Der hat sich vor 40, 50 Jahren auf Ukulelenbau spezialisiert, hatte vorher Gitarren gebaut und ist auch bekannt als Instrumentenholzhändler. Und den wollte ich immer besuchen und den habe ich jetzt vor drei Jahren tatsächlich in Würzburg endlich besucht, in seiner Firma. und dann habe ich da gespielt und so. Und dann sagt er zu seiner Frau, ja, hol doch mal die eine, weißt du schon, die eine aus dem Nachbarzimmer, mal her für den Herrn Hanel. Und dann erzählt er mir, dass die Ukulele, also ich war gleich ganz fasziniert, dass die aus 15.000 Jahre alter Mooreiche gebaut ist. Die jetzt hier vor uns liegt. 15.000 Jahre altes Holz. Ja, Wahnsinn. Also bei Geigen sagt man ja, die sind da zum Teil 300, 400 Jahre alt, dass das schon sehr altes Holz ist und das deswegen so gut klingt. Und das ist tatsächlich 15.000 Jahre altes Holz. Das wurde irgendwo in der Kiesgrube, wurde dann Mooreichen, stammend zehn Meter langer, mit dem Bagger rausgeschaufelt. Und dann hat er davon erfahren und dann gesagt, ja, ich kaufe da mal gleich einen Meter von dem Holz. Und das war sehr kompliziert zum Trocknen, weil die sind ja feucht, die Stämme. Das Alter hat man bestimmt mit einer chemischen Methode, die heißt C14-Methode. Normalerweise sagt man, dass die Stämme so um die 8.000 Jahre alt sind. Aber das war ein besonders alter Stamm. Und wie klingt die, Uli? Nehmen Sie mal in die Hand, komm. Spiel mal ein bisschen. Butterweich. Schön. Also sehr weicher Klang. Also das ist schon was sehr Besonderes. Absolut. Habe ich noch nie irgendwie gesehen, gehört oder so. Dass man aus so alten... Und zum Vergleich jetzt mal, die aus Hawaii. Gib uns mal ein Stück zum Besten. Musik. 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 Sehr, sehr schön. Noch ein bisschen heller, würde ich sagen. Also ich liebe halt weichen Klang. Der Warmklang. Grundsätzlich klingt der Ukulele immer gleich fröhlich. Das stimmt, oder? Das ist ein fröhliches Instrument. Ich glaube auch, dass das so der Hintergrund ist. Also in der ernsten Zeit, in der man lebt, eigentlich einfach Fröhlichkeit aus. Also wir haben heute mal eine Lanze gebrochen für alle, die Ukulele spielen wollen. Und ich weiß ja auch, in vielen Bands tauchen die dann auf auf einmal. Da spielt man da. Stefan Haab hat das damals auch publik gemacht. Absolut, genau. Also wer Lust hat auf eine Ukulele, Uli Hanel sagt, es gibt ganz tolle Exemplare schon im Internet auch gebraucht, die man sich holen kann. Ja, also bei kleinen Anzeigen. Und was macht das Spiel mit dir, wenn du spielst, Uli? Macht es dich fröhlich? Ja, es macht einen fröhlich. Es wirkt sehr tief. Also es beruhigt. Es tut die Laune verbessern. Also gerade jetzt so für Kinder oder Jugendliche finde ich das super, wenn die da den ganzen Tag in der Schule abgehangen sind und dann heimkommen. Es muss ja nicht stundenlang sein, aber wenn man dann die Ukulele rausholt und dann ein paar Minuten spielt. Und es ist tatsächlich so, wenn man es lernt, man muss nicht so viel Zeit reinstecken jetzt wie für die Gitarre oder für die Geige. Das geht schnell, ne? Also schon eine halbe oder eine Stunde schon spielen am Tag. Man braucht schon viele hundert Stunden eigentlich, bis man dann ein Instrument wirklich gut beherrscht. Das geht da schneller. Und der Zeitaufwand ist einfach wirklich relativ überschaubar. Jetzt hast du vorhin gesagt, Heavy Metal oder Deep Metal geht auch? Ja, es gibt sogar E-Ukulen wie E-Gitarren. Aha, okay. Also gut, das heißt, alles da. Ich will auf die Kategorie kommen und dann, ich habe einen Schüler, der will jetzt unbedingt E-Gitarre. Ja, und dann sage ich, ja, bringst du mir auf das Metal, meine Stücke mit und mit Akkorden. So, dann können wir die durchgehen und so. Und das ist ganz wichtig. Jetzt noch diese Info, Uli, mit dir kann man das lernen, mit dir kann man spielen und mit dir kann man Spaß haben. Also wer Lust auf Uli Hanel hat und Fröhlichkeit in seinem Herzen, dem lege ich unbedingt und Ukulelenunterricht ans Herz. Ja, also ich habe eben in der Weststadt ein kleines Musikstudio, wo ich unterrichte und finden tut man mich über ukulelenland.de. Also, oder man legt sich auch einfach mal auf deine Musikliege, auf deine Therapieliege und lässt sich von den Klängen beschallen und heilen. Finde ich auch total toll. Ich mache auch viel Weltmusik, ich spiele auch viel Weltmusikinstrumente, unter anderem auch chinesische Geige, Kniegeige, die Erhu oder Glasharfe und also lauter zum Teil Verrückte. Und ich connecte dich mal mit einem ganz tollen Mann, der aus Besen und Rasenmähern und weiß ich nicht, was Instrumente baut. Das ist eine ganz coole Nummer. Ich glaube, ihr passt zusammen. Uli Hanel war heute bei mir. Ich sage danke, dass du uns in deine Musikwelt hast abtauchen lassen und fand es total schön, dass der kleine Uli mit vier Jahren auch heute seinen Raum und Platz gefunden hat. Danke für deine Geschichte, Uli. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich nochmal für die Einladung. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis Donau 3 FM Das ist nur eine freshman Detailberg. Lass acquis mistakes ganz schön. Und ich denke, mein Gott fällt in 60 Minuten ich sage, ich bedanke mich immer noch auf der achtetste Linie, ich bedanke mich damals